Und Bayer Leverkusen und Union Berlin trennen sich 4 zu 0. Also ich muss ehrlich sagen, was muss noch passieren bei Union Berlin? Ja, dass der Trainer endlich fliegt und man wirklich mal das komplette Konzept überdenkt. Also wenn das so weitergeht, ist Union nächstes Jahr Zweitliges wieder. Wäre traurig und absolut schade, aber ja, für mehr enthalte ich mich. Leverkusen hat heute mehr als verdient gewonnen. Es war Grimaldo, der in der 23. Minute das verdiente 1 zu 0 schoss für Leverkusen. Das war dann auch der Pausenstand. Nur 1 zu 0, muss man ja sagen. Kann ja immer was passieren, aber Union Berlin war heute so ungefährlich. Maximal zwei, drei Schüsse. Und ja, das ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Dann war es Odilon, oder wie er heißt, ich habe den Namen noch nie gehört, der das 2 zu 0 schoss für Leverkusen. Das ging natürlich absolut in Ordnung in der 57. Dann hat man so ein bisschen in den Verweilungsmodus gepackt und ist dann aber dann doch noch zum 3 zu 0 gekommen. Jonathan Tarr in der 73. Minute mit der, wer noch daran gezweifelt hat, Vorentscheidung in Anführungszeichen. Das 4 zu 0 rundete dann noch Teller ab, der das in der 83. Minute erzielte. Ein in der Höhe und vor allem spielerisch gesehen mehr als verdienter Sieg für Leverkusen. Man ist wieder auf Platz 1 in der Tabelle und ich als Bayern-Fan frage mich, wer soll die stoppen? Wer soll Leverkusen dieses Jahr von der ersten deutschen Meisterschaft stoppen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonniere nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.